Wir gehen rechts links vor, da ist die Kralle nahe, die rechts vor. Komm jetzt, jetzt aus dem Herz raus, komm jetzt. Ja, der Tiger ist ganz schön in Angriffslaune. Wie sieht es bei euch aus? Ja, zweimal die Schlange. Tiger, Kampf des Tigers gegen die Schlange. Komm jetzt. Aufschluss, aufschluss, die Schlange. Elf hoch.